so willkommen bei bfg wir sind zurück im gleichen convoy diesmal wieder mit dem marco 69 unter ich hab hier gerade die fahrer wieder drin, ich kenne nur dann kommt dieser scheiß wenn die auf Zugang was hält? was willst du? was hält? was willst du? man sieht es dir an wie du fährst wenn du dieses Video hoch willst dann hast du Sex, Eier ey, so ne Witz, wenn du fährst ich kann dir facken, die sind einfach gegen die Farbe wenn das? ja Sex gerade oder raus? rechts, rechts, rechts negativ, ich muss gerade raus ja, ich muss jetzt gerade raus ich mich auch jetzt gleich die nächste rechts negativ, meins sagt immer noch geradeaus man sagt rechts ja, du musst ja auch nach Calais ja, du musst nach Calais ich nicht juck den Asen nicht hauteweilen ich lös mich mal ab von euch juck juck ja 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 wir müssen den Shareway machen denn da ein anderes Shareway nein, der bleibt dir entfernen ja, ja das habe ich einmal gemacht bei Bernd in der Aufnahme und das war total scheiße da 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 und ich hoffe, dass mein irgendwie der jetzt aufnimmt, weil mein Ordner ist gerade leer ja also hast du ja die beiden anderen auch nicht aufgenommen also ich habe jetzt alles eingestellt also eigentlich sollte er aufnehmen ja deshalb, ich hoffe, dass es nur ein Bug ist ja, jetzt ist die andere Aufnahme da ja ach oder naja vom 24.10.2014 ja, wie viel Geld ist heute? äh, 26.20 äh ja was sagt denn dein PC-Datum? PC sagt 1977 ernsthaft? ja schon mal dann gedacht die Zeit mal nach vorne zu stellen also man muss die Uhr heute Morgen machen ne, die Uhr sagt auch 3 Uhr morgens also von daher WET meine Uhr sagt 4 Uhr morgens oder 24 oh Gott also von da ja, ist das eh egal Hipsa an Kreisverkehr Leitlandtäckn Juhu Hyping ja beide Runde oder was? ne, ich nicht, eher ja dann fahren wir mal eine Runde Zug na, ich bin Christian Kalaias und der Internet ja ich bin seitdem ich heute auf ein ETS-Server gekommen bin bin ich jetzt hier einmal raus zu gehen ja, abends sitzt mein Internet und noch schlecht ja, willkommen im Club ja und ich hab Bambus als Leitung also bitte ich hab ne 16 Kalaias ich hab ne 100 Kalaias ich hab ne 100 Kalaias ja aber abends hab ich keine Ahnung was für eine Leitung, ey, ehrlich du 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 ganz im Ernst schafft euch die Bambus an warum die hier leben meine Upload-Zeit die ich jetzt habe ist grandios ey, also ist aber nichts ich hab ich hab und eigentlich hätte ich dringend 60 Kalaias ich hab jetzt ja gar nicht wissen wie schnell ich ein Video hochliade 2 Sekunden ne, so schnell dann noch nicht ne, so schnell dann noch nicht ja, ohne Scherz jetzt ach, keine Ahnung wie lange ich brauche ich hab schon lange kein Video mehr hochgeladen wie viele Abonnenten hast du eigentlich bei dir? äh, Sekunde muss ich nachgucken 2 so, wir gehen dann mal kurz auf den Turner ach, scheiße, wir sind dann in England äh, 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 äh 15 Abonnenten hab ich uh, ich hab einen Subsec 200 2 Gehmer, hab schon wieder hey, der ist so ein Rassist, ne? ich weiß gar nicht ich hoffe, dass Marcel auch die anderen YouTuber in seinen Videobeschreibungen verlinken tut mh, mach ich das? äh, Spaß mach ich was du bist ja, ich hab in solchen Hochgekreuzenpfleger da hab ich kein gutes Vertrauen äh, äh was willst du mit Rotkreuz? Anderes Kreuz sag ruhig ich rette dein Leben oder so ich bin im Falle, als ich wende heute wieder meine Aufnahme sag mir mal 15 Minuten mal wieder Bescheid äh, den Rest will ich dir mit Musik empfinden, ich hoffe, es hab ich getan Brot Wein, tschau was willst du denn jetzt so, Kärn hat Tschüss gesagt sozusagen ja, du hast ja auch keine Aufnahme laufen gehabt eigentlich aber egal wisst ihr was das Geiz ist gerade? ich hab ja Aufnahme und meine Tastatur packt Rom, die Teufel dum 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 ähm sorry, wer weiß nicht, ist mein ETS ich geh mich ein bisschen billigen weil ich mich morgen um um 4 Uhr aufstehe im Büro, Praktikum haha, du hast keine Ferien ich habe Ferien ich habe jetzt Ferien ich hab jetzt Ferien ja, ich darf morgen um 7 Uhr in der Schule abscheiden meine, jetzt schau mal das ist wieder so ein Angeber dafür hatte ich die Woche Praktikum, also sehr ruhig ich hab 3 Wochen Praktikum ich nicht, ich hatte nur eine Woche ich bin auch Gesamtschule ich bin Oberschule das ist genau das gleiche anders ist das gleiche Gesamt- und Oberschule ist das gleiche Junge mit einer Woche Praktikum da hab ich angegeben, dass er gesagt und Bennett, sag mal was er will nicht reden ja sex so das hat er natürlich die Falschen sonst der Aufnahme ist die 15 Minuten jetzt rum oder noch nicht? ähm und wer ist gelöffnet? ich würde mal behaupten, dass das jetzt quasi der Marco ja, richtig der Marco war verstanden und ja, ihr seht ihr seht hier gerade mein Desktop ernsthaft? hat sich dein Spiel verabschiedet? naja hat sich dein Spiel verabschiedet? ne ich geh jetzt kurz auf YouTube ja so das macht man während der Aufnahme nicht na das war alles mir dauert mal scheiße ja so seht ihr Leute das ist ein YouTuber der jetzt richtig motiviert ist nicht so, also ihr seht ich habe jetzt 15 Abos insgesamt 248 Aufrufe ja wow ich bin bei 48.000 oder so wo die herkommen sind ist mir ne Frage naja so so dann so 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 15 Minuten so 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 so